so ein ding okay das habe ich nur beim brilli bieg gesehen da ist er weglaufen von dem ding da kommt ja nicht gut da rein ja da nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut da sollte ich nicht hin das war das war nix alles noch mal gut hier du fällst um hier hin das ist mir egal hier da rein ja ja Gott, ich bin echt gerade nicht so gut. So, hier nach unten. Ah, Bumi, servus. Sorry, gerade irgendwie bis kleines bisschen stressig. So. In diesem Chat sofort wieder. Ich muss hier nur mal kurz den Abschnitt schaffen, wo ich ständig sterbe. Ja, komm, komm. Nein, nicht schon wieder sterben. So, und ab in dieser Rat. So, hau ab. Ja, okay. So, jetzt. Fühlen mich bei das irgendwie bisschen unwohl. Ach, alles gut. Alles gut. Bisschen sehr viel epische Mucke. Äh, ja, es war ja auch eine epische, epische Flucht jetzt gerade. Jetzt war storytechnisch voll das Highlight. Jetzt haben wir den Brunnenquell wieder zum Fliesen gebracht. Und jetzt haben wir ganz viele neue Bereiche, wo wir hinkönnen. Die ganzen, in das ganze Wasser kommt man vorher nicht. Das war alles giftig. Voll, voll. Wie es der Moki sagt, ein Freutag für das Sumpfland. So, jetzt müssen wir wieder zum Quo-Log. Habe Beispiele. Ja, danke. Endlich, endlich erkennt das mal wer. Ja, das habe ich voll gut gemacht. So, äh. Schluss mit Eigenlob. Ups. Ähm. Ja, ihr könnt jetzt direkt zu dem Quo-Log und storytechnisch weiter. Aber ihr will natürlich die ganzen Bereiche hier jetzt erst, also, es wird erst sehr, sehr, sehr gemütliches durchspielen. Weil ihr will natürlich erst alle Bereiche haben. Und alles finden, was so zu finden gibt. Und dabei nach Möglichkeit nicht sterben. Gibt hier auch was? Nein. Ah, das Controller-Klicke, das nervt mir selber schon. Das ist ganz furchtbar. Oh je. Oh je. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Ich muss auftauchen. Ah, sehr gut. Da ist sogar noch so ein Go-Log-Erz. Äh, Go-Log-Erz, das bringt für so ein Nebenquest was. Da. Habe ich alles entdeckt hier in der Höhle. Wo bin ich denn? Nein, da hinten geht es nur weiter. Aber ich sterbe gleich. Aber ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Nicht absaufen. Das wäre tatsächlich einfacher gewesen, wenn sie sie nicht dreht hätte. Aber okay. Hier ist doch was versteckt. Ja, 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 ja. Okay. So. Ähm. Ich muss, es geht hier einfach nur links lang. Oder ich schwimme den ganzen Sums wieder zurück. Ich wollte hier das alles aufdecken und jetzt eine komplett neue Area. Ja gut, dann machen wir die schnell. Äh. Ich komme einfach nicht weiter jetzt. Ich muss da rauf. Aber da komme ich nicht, weil ich die Fähigkeit noch nicht habe. Ehrlich gesagt, gerade nicht so den Plan, wie ich es ohne Fähigkeit da überhaupt hergeschafft habe. Und tot. Drei, zwei, tot. Neu GoPro? Okay. Ich kenne mich halt null damit aus. Also ich weiß, was GoPro ist und so. Aber, ähm. Hat mich nie besonders interessiert. Also so. Wenn ich wirklich mal was gefilmt habe, dann halt mit meiner Spiegelreflex meistens. So. Okay, das war glaube ich gut. Macht das kaputt. Das war sehr gut. Wie gesagt, Modell rein. Braucht mir nicht Fragen. Kennen wir nicht aus. Aber, äh. Ich weiß, was man, dass man da so Dinge tun kann damit. Bin ich jetzt schon wieder? Ach, hier oben. Das ist gut. Da wollte ich eh. Da, und dann machen wir den Boden kaputt. Dann da mal runter. Oh. Ja, äh. Für, für was nützt du die GoPro? Also, was machst du damit? Was, was filmst du so? Und, wie kommen wir da rauf? Einfach so. Oh Gott, es ist echt dramatisch. Ich bin grad nicht so hundertprozentig gut. Ja, hör auf, dass du mir kaputt machst, wenn du mir grad heilen möchtest. Warum hab ich das ausgewählt? Warum hab ich das ausgewählt? Ich wollte das. So. Könnt's jetzt mal... Äh, Moment. Ich lese das gleich. Da, mal kurz Pause. Äh. Äh. Bummi, lass das bitte. Ist lustig und so, aber, ähm, ich möchte meinen Stream tatsächlich ein bisschen mehr sauber halten. Drum bitte eher hier lassen. Aber danke fürs Angebot. Bin ich da? So. Komm. Schieß. Schieß. Da bin ich. Aber, ey, 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 weiß ja, dass es eine Böse ist. Mein war alles fein, das passt schon. So. Okay. War nicht so gedacht. Wollst du mich auf Instagram? Nö, weil ich nutze Instagram nicht. Ich hab weder einen Instagram-Account, noch folge ich dir da, weil... Nö. Äh, ach. Wenn du da was hochgeladen hast von der GoPro oder so, kann ich es leider nicht ansehen, weil... Nö? Jetzt hab ich alles eingesammelt. Wie komm ich jetzt hier wieder raus? Gar nicht. Nö, jetzt Tatsache sterben? Super. Ja, äh... Ähm... Es ist schön, dass du den Link sendest und so. Nur, was soll ich damit? Ich hab kein... Kein... Kein, äh... Instagram. Ich hab tatsächlich nicht mehr einen Account dort. Ähm... Scheiße, das... Das ist keine... Das kann ich das nicht einsammeln, weil ich da nicht mehr draufkomme. Ja, wie gesagt, würden wir gerne an... Ähm, kannst du den... Kann man sich das ansehen, ohne dass man eingeloggt ist dort? Gibt's da irgendwie so Direkt-Link oder so? Ich hab keine Ahnung. Ob bin ich hier schlecht? Gerade. Warte, okay. Warten kann ich. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Wollte nicht hin. Da unten war ja, das war nicht so... Sinnvoll. Kann ich mir da festhaken? Ja. Da oben muss... Muss einfach was sein, weil umsonst hängt die blöde Laternenblume da nicht. Doch, die hängt da Tatsache umsonst. Okay. Ähm... Dann... Jetzt lebt der nur immer. Irgendwie will mir hier alles umbringen. Das ist ganz furchtbar. Da, jetzt die Leute beruhigen uns immer wieder alle. Du bekommst in die Presse. Auf. Da. Ähm... Aber hier oben ist was. Nur dann nur noch hinkommen. Nein, nicht drunter. Ich wollte doch nicht runterfallen. Ich brauche ich. Ich brauche ich. Komm her. Ja. 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 Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt stirbt hier. Ja. 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 Schauen mal kurz an. nur erforderliche Cookies Moment, Moment